so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play project cars wir sind die letzte folge bei dem rennen vom pagani huayra stehen geblieben und da ist er unser guter green 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 ok die reifen sind durchgedreht und er fährt hier einfach über den rasen er geht schon ab leider er geht er ist auch nicht so easy zu fahren gerade oh nein da habe ich mich gedreht das ist jetzt nicht so gut nehmen wir mal die cockpit sicht hier vor von innen klingt ja auch noch mal ganz anders diese scheinigung leute alles gut alles gut gerade halten bremsen ganz leicht auf die bremse habe ich das noch gut gerettet ich will mich hier nur bisschen erstmal rantasten ich will nicht zu schnell fahren jetzt gerade obwohl jetzt habe ich hier eigentlich eine gute freie bahn wo sich schon langsam bremsen Ja, okay. Geht's noch? Geht noch? Okay, jetzt kommt eine Kurve. Okay, 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 okay. Ganz souverän, Leute. Ganz souverän. Oh, oh. Oh, oh. Das war nett. Nein. Ach, alles gut. Das war ein bisschen... Die Kurve habe ich nicht kommen sehen. Die Kurve habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, okay. Ah, jetzt kommt wieder eine Kurve. Jetzt kommt wieder eine Kurve. Puh. Das ist ein bisschen anstrengend, Leute. Geht auch ein bisschen in die Arme hier beim Lenkerad. Ich sollte nicht reden. Eng hier. Okay, okay, okay. Oh. 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 Alles gut. Okay, okay, okay. Nein. Mein schöner Packer. Nein. Nein. Hm. 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 hallo ich hab die ganze zeit auf mph geguckt guck mal da in der mitte steht sogar kmh deswegen konnte ich das nicht ganz so einschätzen wahrscheinlich oder wir fahren jetzt gerade 80 jetzt 90 ich muss da gucken ob man das irgendwo noch umstellen kann denn ich habe keinen bock immer einen unfall zu bauen nur weil ich auf mph gucke und nicht auf kamera denn man muss das ja auch gut einschätzen können wenn meine kohle fällt ja 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 er bricht so schnell aus ich muss immer nur ganz ich ich tupse das gaspedal immer nur ganz allein guck mal seht ihr wieder direkt zieht alter boah jetzt kann ich bisschen was wagen oh ne jetzt kommt wieder ne kurve ne steile kurve okay 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 jetzt kommt wieder ne kurve ah das ist dieses karussell nennt sich das glaube ich ne auch o o in der bürgge ist echt schwer zu fahren oh o Oh, nein! Also soll ich mal was ausprobieren, wie schnell er von 0 auf 100 abgeht? Okay, ich stehe jetzt gerade auf 0. Ihr müsst da in die Mitte vor dem Lenkrad gucken. Okay, 3, 2, 1. Ah, ne, jetzt habe ich zu früh geschaltet, leider. Okay. Okay, war schon gut. Okay, so. Immer schön vorsichtig, ne? Habe ich eigentlich schon eine Runde durch? Ne, ne? Soll man das ja auch so aufmachen. Alles gut. Ah, hier sind wieder ein paar Zuschauer. Nein, nicht drehen, nicht drehen, bitte nicht. Keine Kollision, keine Kollision, bitte. Oh. 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 Okay, 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 okay. Nein, wo? Oh, shit, das war ein heftiger Crash. Nein, nicht hin. Ne, doch, jetzt sind wir hier... Nein, keine Ahnung, egal. Ey, der! Was ist das? Boah, der Hammer. Hinter mir alles frei, also... Alles frei, steht da sogar, okay. Oh, Leute, jetzt habe ich einen langen Gerade. Was ist da los? Oh, Leute, ich fahr schon über 200. 312. Wow! Boah, Leute, der ist echt geil, der Wagen. Nein, brems doch! Mann! Wow! 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 Oh, fuck, das war nicht gut. Okay, Leute, ich würde mal sagen, zum Abschluss dieser Folge, nur mal einen Blitzstart. Ich versuche mein Bestes zu... Oh, nicht wegrollen. Ich versuche mein Bestes zu gehen, warte, ich fahr nochmal kurz zurück. Warte, ich versuche mein Bestes zu gehen, hier so... Und... Und ein Drift! Nein, fuck! Das war kein Drift. Ja, okay, das soll ein Drift werden. Ah, das war ein Drift, das war ein Drift, ja, nein! Okay, egal. Leute, ich habe es nicht drauf. Aber, ähm... Alter, wie unser Wagen aussieht! Lol! Ach, Leute, okay, ich würde mal sagen, das war es auch für diese Folge. Mit dem Donut beenden wir diese Folge. Und da würde ich mal sagen, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da unten, ein Abo, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Spans Dance. Over!